Hallo liebe Brettspielfreunde und Freunde von ungeklärten Mordfällen. Heute zeige ich euch das Spiel ein bisschen Mord muss sein aus dem Asmodee Verlag. Ein Spiel für vier bis sieben Spieler ab 14 Jahren mit der Dauer von circa 45 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was ihr in der Spieleschachtel an Inhalt findet, wie ihr dieses ganze Spiel aufbaut und wie die Regeln funktionieren. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu ein bisschen Mord muss sein. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt. Fünf Bücher mit der Agenda, das heißt da sind die Mordfälle drin. Das Buch des Inspektors, hier sind die Mordfälle mit Geschichte drin und den Personen, die beteiligt sind. Das Buch des Geschichtsschreibers, da ist drin eine Zusammenfassung von diesen Büchern. Denn ein Buch von diesen Büchern gehört dem Täter und die anderen Bücher sind Verdächtige. Dann gibt es hier noch eine kleine Kiste und hier drin haben wir zum einen die Spielregel, eine Punkteleiste, eine kleine Übersicht, wie die Punkte gezählt werden, ein paar Zweifel- oder Vertrauenplättchen, eine Sanduhr und ein paar Spielfiguren. Ja, das ist er jetzt, der komplette Inhalt dieser Spiele-Schachtel und als nächstes erkläre ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Aufbau funktioniert wie folgt. Ich habe jetzt mal ein Fünf-Spieler-Spiel vorbereitet. Das Spiel ist ab vier Spielern möglich, dann fällt aber der Job des Geschichtsschreibers weg und damit auch die Überprüfung, ob alle Spieler auch richtig gehandelt haben. Das heißt, im Spiel zu viert lässt man das hier weg. Ansonsten kommt das hier dazu. Jeder Spieler kriegt einen Spielstein in seiner Farbe. Jeder Spieler, der momentan jetzt mal ein Verdächtiger ist, bekommt so einen Zweifel- oder Vertrauenmarker. Ein Spieler macht den Inspektor. Der nimmt sich auch die Sanduhr. Dieses Geschichtenschreiber-Tableau nimmt auch der Geschichtsschreiber eigentlich zu sich. Anhand dessen kann er dann die Punkte verteilen. Das wechselt Runde für Runde durch das Ganze. Also in einer Runde sind die einen drei Spieler Verdächtige, einer der Inspektor, einer der Gerichtsschreiber. Dann wechselt das einfach durch, sodass jeder mal Inspektor war und dann ist das Spiel vorbei. Man kann auch hier anhand der Punkte sehen, wer das Spiel gewonnen hat. Also der Aufbau, wie gesagt, jeder Spieler kriegt zufällig hier so eine Agenda. Zufällig ist deswegen wichtig, denn die Agendas sind eigentlich fast alle gleich. Die haben nur einen Unterschied. Hier in der Mitte ist hier nichts und bei einem Buch ist hier in der Mitte auf jeder Seite so ein Tintenfleck. Und das Buch ist das des Täters. Das ist also ganz wichtig, dass diese Bücher verdeckt verteilt werden, nicht irgendwie Eselsohren kriegen oder verknickt sind, sodass man schon anhand des Buches außen erkennen kann, wer denn der Täter ist, sondern die Bücher wirklich pfleglich behandeln und dann zufällig an die Verdächtigen verteilen. Die schauen dann eben rein, wer der Täter ist. Sich nicht anmerken lassen, ganz wichtig, einfach ganz cool bleiben. Dann geht der Inspektor, sucht sich hier aus seinem Buch ein Datum raus. Jedes Datum ist einem Fall zugeordnet. Alle Spieler schlagen diesen Fall auf. Auch der Gerichtsschreiber schlägt diesen Fall auf. Und dann geht's los. Vorspielen kann ich euch das Spiel jetzt leider nicht. Ich kann es euch nur erklären, denn hier muss jeder Spieler wirklich eine Rolle übernehmen und sich in seine Rolle reinversetzen und ein Alibi erzählen. Das ist in der richtigen Spielrunde sehr, sehr cool. Hat man lauter Spieler, die damit nichts anfangen können, hat man hier auch null Spaß. Also hier muss man auch vorher wissen, habe ich eine Spielrunde, die gerne auch mal eine Rolle übernimmt und sich hier irgendwelche Geschichten aus den Fingern saugt? Oder habe ich mehr eine klassische Spielrunde, die mit sowas gar nichts anfangen kann? Dann Finger weg von diesem Spiel. Macht keinen Spaß. Und für alle anderen fangen wir es mal an, das Ganze zu erklären. Also der Inspektor nimmt sich sein Buch, sucht sich irgendeinen Fall raus. Ich nehme mal das hier drüben. Dienstag, 2. Januar. Eine nackte Frau erfriert auf dem Dach eines Wohngebäudes. Und jetzt müssen die Spieler auch diesen Fall aufschlagen. Das heißt, alle Spieler schlagen jetzt den 2. Januar auf. Vorne in dem Buch haben sie jeweils drin nochmal kurz eine Übersicht, wie ihre Rolle zu spielen ist. Also wie das Spiel funktioniert, was sie sagen sollen und was nicht. Und jetzt schlägt er hier als Täter den 2. Januar auf. Sieht diese Geschichte. Eine nackte Frau. Tralali, tralala. Und sieht hier in dieser weißen Zeile jetzt, welchen Charakter er übernimmt. Das heißt, in dem Fall ist er das Apartment 25C. In anderen Fällen ist man dann der Dekan, der Krankenpfleger, der Staatsanwalt und so weiter und so fort. Und hier ist es wichtig, dass jetzt alle Spieler kurz mal sagen, wer sie sind. Denn nur diese Spieler werden natürlich verhört und müssen anhand des Inspektors und des Geschichtsschreibers überprüft werden. Hier wissen wir jetzt, schwarzer Fleck, das ist der Täter. Also Apartment 25C, sagt er hier. Er hier drüben sagt, ich bin Apartment 25A. Und er hier drüben sagt, ich bin Apartment 25B. So, und zu den jeweiligen Apartments in dem Fall, liest der Inspektor schnell vor, was für eine Person das ist. Also er sagt, ich bin 25C. Dann liest er schnell vor als Inspektor. Ihr Ehemann, ein Pilot, ist unerwartet nach Hause gekommen, um die zweiten Flitterwochen zu feiern. Er sagt, ich bin 25B. Ihr Ehemann, ein Kommissar, ist unerwartet nach Hause gekommen, um Überwachungskameras in der Wohnung anzubringen. Und er sagt, ich bin 25A. Ihr Ehemann, ein Immobilienmakler, ist unerwartet nach Hause gekommen, um die Wohnung zu verkaufen. Das sind also die Geschichten. Und auf diese Geschichten können die Spieler jetzt eingehen. Das Wichtige der Sache ist jetzt das. Jeder Spieler hat drei Begriffe für die erste Runde und drei Begriffe für die zweite Verhörrunde. In der ersten Verhörrunde muss jetzt dieser Spieler in seinem Alibi die oberen drei Wörter mit in seiner Geschichte einbauen. Und zwar unauffällig. Nicht irgendwas erzählen, dann ins Buch schauen und dann die Wörter hernehmen, sondern vorher schon schauen, wie die Wörter lauten oder ständig ins Buch schauen, sodass der Inspektor nicht weiß, wann ich diese Wörter sage. Denn ich habe eine Minute Zeit, das ist zweimal diese Sanduhr hier, zu drehen, um mir eine Geschichte aus den Fingern zu saugen und diese zu erzählen. Und in dieser Geschichte, in dieser eine Minute, muss ich diese drei Wörter unterbringen. Jetzt hören die anderen Spieler zu, was der Spieler erzählt. Auch die anderen Spieler wissen nicht, wer ist denn der Täter. Das Wichtige daran ist, dass die anderen Spieler die gleichen Begriffe haben. Das heißt, unser Spieler hier aus Apartment 25a und unser Spieler hier drüben aus dem Apartment 25b haben die gleichen Wörter. Das heißt, diese bauen in ihrer Geschichte, in dieser eine-Minuten-Geschichte, die drei Wörter ein. Und das muss der Inspektor eben jetzt ein bisschen raushören. Wer erzählt denn eine Geschichte, wo die gleichen Wörter vorkommen und wer erzählt eine Geschichte, wo andere Wörter vorkommen. Das Fiese an der Sache ist, die Spieler können sich darauf konzentrieren, den Inspektor komplett in die Irre zu führen und gegen ihn zu spielen und auch noch genau zuzuhören, was der Spieler sagt, der vor ihnen dran war. Und auch einfach von den seinen Wörtern, welche einbauen, das verwirrt dann komplett, wenn man selber diese Wörter verwendet hat und zusätzlich noch ein paar Wörter von unserem Täter hier mit in seine Story mit einbaut. Da wird der Inspektor über kurz oder lang dann wahnsinnig. Die Spieler wissen nicht, welche Wörter die wichtigen sind. Der Inspektor weiß es aber auch nicht. Und deswegen kann das sehr, sehr lustig sein. Also, in der ersten Minute erzählt jeder Spieler eine Geschichte mit den ersten drei Begriffen. Und dann gibt es einfach noch eine zweite Runde. Hier darf der Inspektor noch eine Runde befragen. Nicht mit dem gleichen Spieler anfangen, sondern mit einem anderen Spieler muss er anfangen. Und da wird einfach dann die untere Ecke hier abgearbeitet. Das heißt, die unteren drei Begriffe müssen in das zweite Alibi mit eingebaut werden. Hat man einen Geschichtsschreiber am Start, dann hat der folgenden Job. Der hat nämlich hier auch die Geschichte, nur er hat alle Wörter für die erste und für die zweite Runde komplett hier stehen. Und der Job des Geschichtsschreibers ist es, zu überprüfen, ob auch jeder Spieler brav in seinem Alibi seine drei Wörter eingebaut hat. Hat ein Spieler das nicht gemacht. Dann muss der Verdächtige einen Schritt zurück mit seinem Spielstein, kriegt nochmal eine halbe Minute Zeit, um seine Geschichte nochmal so auszubauen, dass er dieses fehlende Wort mit drin hat. Für jedes fehlende Wort ein Schritt zurück. Also, auch hier ist der Geschichtsschreiber natürlich sehr wichtig, denn er kann es überprüfen. Habe ich den nicht dabei, dann müssen die Spieler einfach ehrlich sein und alle Wörter einbauen. Ist normal auch kein Problem. Ich meine, ich kann innerhalb von einer Minute ja die drei Wörter irgendwie einpflanzen. Da müssen einfach die Spieler dann ehrlich spielen und nicht betrügen, denn da gibt es keinen Geschichtsschreiber, der einfach mitschaut. Der Schwarze ist eben dann das vom Täter. Auch hier muss ich schauen, hat der Täter alle Sachen gesagt, ja oder nein, und für die zweite Runde das Gleiche dann hier unten. Haben dann alle Spieler ihre zwei Runden durch. Also, jeder Spieler hat zweimal etwas erzählt. Zweimal mit drei verschiedenen Begriffen. Und dann muss sich der Inspektor überlegen, wer ist denn jetzt der Täter? Wer hat also andere Wörter verwendet, wie alle anderen Spieler? Und da muss er jetzt ein bisschen drüber nachgrübeln. Und bevor er seine Lösung bekannt gibt, welchen Spieler er als Täter vermutet, geben die anderen Verdächtigen und auch der Täter eine Meinung ab zu dem Thema, wird der Inspektor den richtigen Täter finden oder nicht? Also, wenn jetzt die Leute sagen, ich glaube, ja, das war ziemlich deutlich, das weiß er jetzt bestimmt, dann sage ich halt, ich vertraue dem Inspektor. Oder ich sage, nee, ich glaube, er schafft es nicht, den richtigen zu finden, dann drehe ich es auf die Zweifel-Seite. Sobald die Spieler dann hier gesetzt haben, wird aufgelöst. Das heißt, der Inspektor sagt, ich vermute, du warst der Täter. Und dann wird gesagt, nein, tut mir leid, er hier drüben war der Täter. Und dementsprechend, ob der Inspektor richtig gesagt hat oder nicht, um was die Leute dann geschätzt haben, gibt es Punkte. Und das kann der Geschichtsschreiber wieder verteilen. Denn da gibt es jetzt hier zwei Seiten. Zum einen, der Täter wird entlarvt. Das heißt, der Inspektor hat richtig angesagt. Also, wenn der Inspektor sagt, du bist der Täter, er sagt, ja, ich bin's. Dann bekommt jeder Spieler, der gezweifelt hat, einen Minuspunkt. Jeder Spieler, der Vertrauen hatte, einen Pluspunkt. Der Inspektor, weil er es erraten hat, drei Pluspunkte. Und der Täter, weil er nicht seine Story gut genug verpackt hat, drei Minuspunkte. In unserem Fall haben wir gesagt, er hat gesagt, du warst es. Das heißt, der Täter wurde nicht entlarvt. Das bedeutet, jeder, der den Zweifel getippt hat, kriegt einen Pluspunkt. Jeder, der Vertrauen gehabt hat, einen Minuspunkt. Der Inspektor, drei Minuspunkte. Und das Wichtige, der Täter und der Beschuldigte. Die kriegen beide drei Pluspunkte. Das wird dann hier eben auf dieser Leiste gezogen. Dann wandert das Ganze im Uhrzeigersinn rum. Also der Inspektor und der Geschichtsschreiber. Und die drei Bücher werden natürlich neu verteilt an die neuen drei Verdächtigen. Ja, nicht die Bücher behalten, sodass jeder weiß, ach, der war gerade der Täter, der ist wieder der Täter. Sondern wieder einsammeln, wieder durchmischen und dann wieder an die neuen drei Verdächtigen verteilen. Der Inspektor sucht die nächste Geschichte raus und es wird wieder gespielt. Und wenn jeder Spieler einmal der Inspektor war, endet auch das Spiel und man schaut einfach, wer war der beste Ermittler und wer hat das Spiel gewonnen. Das war sie, meine Spielevorstellung von Ein bisschen Mord muss sein aus dem Asmodee Verlag. Ein kleiner Tipp noch von meiner Seite. Selbst wenn ihr genug Leute seid, um einen Geschichtsschreiber mit reinzunehmen, wenn ihr eine Gruppe habt, der ihr vertraut, lasst ihn einfach weg und macht lieber einen Verdächtigen mehr. Das macht viel mehr Spaß, als wenn einer als Geschichtsschreiber nur zuschaut und schaut, ob alle Wörter genannt werden. Also wenn ihr eine Gruppe habt, der ihr vertraut, dann lasst den Geschichtsschreiber weg und macht lieber mehr Verdächtige. Da kommt dann viel mehr Spaß auf. Die Fälle sind teilweise wirklich brüllend komisch. Es kommt teilweise im Spiel jetzt nicht unbedingt rüber, diesen Fall genau zu lösen. Ich meine, die Spieler erzählen was über diesen Fall, aber warum der Mörder jetzt da irgendwas getan hat oder der Täter irgendwas getan hat, das kommt meistens nicht wirklich raus. Und das geht es auch gar nicht in dem Spiel. Hier geht es nicht wirklich darum, einen Mordfall zu lösen, sondern einfach nur den Täter zu finden anhand dieser Wörter. Kann super, super lustig sein, gerade wenn man hier die skurrilen Fälle nimmt. Ich sage nur Nudisten, Blaskapelle und Enthaarungscreme. Wir sind wirklich kringelnd am Boden gelegen. Da kann man so coole Storys erzählen zu diesen Fällen. Das macht dieses Spiel aus. Das ist der eigentliche Spaß dran, verrückte Geschichten zu hören. Und wer sich da drauf einlässt, hat hier wirklich ein Spiel mit unglaublichem Spaß. Das soll es soweit auch gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt einen kleinen Einblick in dieses Spiel bekommen. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Pressspielvideo auch wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht's das gut. Euer Michael.